Tja, das war wieder mal klar. Der beste Tag in meinem Leben und da muss so etwas passieren. Ja, noch ein paar Autos und ich hätte alle Rekorde gebrochen. Hätte schlimmer kommen können. Oh, danke. Während ich hier liege und verblute, werde ich mal nur mein Glück nachkommen. Ich wollte Ihre Auktion nicht wohnen. Ist schon gut. Ist wirklich alles okay? Ja, die Seite tut mir weh. Da ist irgendwas draufgefallen. Haben Sie vielleicht was zu trinken? Klar, hier muss irgendwo ein Wasserspender rumstehen. Jetzt nicht mehr. Ich kann warten. Hör zu, Jason. Es tut mir sehr leid, was da eben passiert ist. Du hattest recht, dass du die Leute vor dem Sturm behalten wolltest. Es ist nur... Naja, ich kann mich manchmal nicht bremsen. Wie lieben wir das Autos zu verkaufen, ne? Ja, sogar sehr. Es ist das Größte.